So Leute, Willkommen zurück bei Megaman Final, ein Megaman 2 vom Final Level Gamer. Da wir alle Stats schon angetestet haben, werde ich jetzt mal richtig loslegen hier. Und ich würde vermuten, dass ich Woodman zuerst machen muss. Weil der Buster Only auf Difficult wirklich nerven kann. Platz, Freunde. Ich werde die Stats alle mit 3 Saves durchspielen. Mehr Safes habe ich wirklich nicht vorzumachen. Woodpega mit Verlierung auf meine schöne kostbare Energie zu verlieren. Meine Fresse, ne. Ich bin auf Okay. Finde nicht. Wie macht das für eine Geburt? Wissen Sie nicht. Das ist egal. Diese muss ich nur noch einmal tun. Das ist egal. Das wäre eine Karte. Zwar ist nicht gut. Macht mir mal hier bitte Platz Ihr geht mir auf den Sack Perpisst euch mal bitte Aus dem Weg da Ja, 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 ihr mich auch Genau das habe ich gebraucht Okay, den ersten Hund geschafft So, und jetzt werde ich mal meinen ersten Safe State setzen Okay, weiter geht's Okay Du, final, ich glaube Ich will nicht zu viel vorab nehmen, aber ich glaube Das hier ist No-Hitch nicht möglich Ich glaube, hier erleidet man auf jeden Fall Schaden Ich sehe das jetzt nicht ganz so streng, aber Naja, was soll's, ist ja jetzt nicht so schlimm Ich weiß nicht, ob man da auf jeden Fall Schaden leidet, aber Naja, egal, ist egal Wird die Welt auch nicht von untergehen Oh, und so, ich schaff diesen blöden Köter Was ist... Ach so, nur Hintergrund Ich dachte schon, jetzt käme noch einer Na, wahrscheinlich, vielleicht wollte er wahrscheinlich eine Hinze setzen, aber Dann hat er irgendwas nicht so ganz geklappt mit irgendwie Weil irgendwas verglitscht oder verbuggt aussah Naja Keine Ahnung Oder es soll einfach nur als Deku da sein Keine Ahnung Ahnung Jetzt kommen bestimmt noch Vögel dazu, ne? Ich wusste, es ist Kompfügel Gibt mir Energie, eine große Besser als nix Oh, nein, meine schöne Energie Ja, danke Kriege ich noch eine? Ich bin gierig Ich will mehr Oh, ja, das ist zwar wegen meiner Gier Ach so, warte mal, hier kann ich direkt Kurzen Prozess machen Hier kann man gut farben Nur es kommt immer nur ein Gegner Okay, gibt er mir eine große Energie, bin ich sofort weg Eine kleine nehme ich gerne auch mit Wenn er mir die anbietet Habe ich nichts gegen einzuwenden Die andere Opa, ja, ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ärger Wie wär's mal mit noch einer großen, dann seid ihr mich auch schon wieder los? Oder zwei kleine, von mir aus auch? Hey, nein, jetzt will ich meine Energie wieder haben, aber ganz schnell. Eine große und ich bin weg. Meine Fresse, gib doch mal eine große Energie. Es ist lame, Leute, es ist lame. 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 Hm, langweilig. Komm, scheiße drauf. Da brauch ich auf jeden Fall den Glitch. Oh Gott. Ein Overload-Sprung. So nennt ich sie immer. Aber geschafft. Gut. Okay, geschafft. Da, 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 da. Keine Ahnung, wie das Snowden gehen soll. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Alles klar. So, und jetzt kommen bestimmt diese blöden springenden Hühner, das heißt, ich mache meinen zweiten Safe-State. Ich mache jetzt meinen Safe-State. Ich würde sagen, hier schon. Oder noch nicht. Doch, hier. Genau das wegen. Oh, oh, das ist Böse. Oh, oh, das ist Böse. Oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Egal, weiter geht's. Auf ein neues. Oh Gott, ich... Ich werde jetzt einfach drückspringen. Ich muss mal hier ein bisschen beschleunigen. Was ich hier mache, ist überhaupt nicht schlau. Ich werde jetzt nicht schlau. So dupe anstehend wie ich. MAAAN! Mega Man, du dumme... Drecksnute. NEIN! Scheiße. Oh, und ich mach doch schon Safestates. Warum bringt mir ich euch auf? Ich fall gar nicht mehr zurück. Ja, und jetzt, wo ich Safestates mache, spiele ich mir das total beschissen. Wenn man sich jetzt nur noch darauf verlässt, ja, ich mache eh Safestates. Ich hätte gar keine machen sollen. Ich hätte gar keine machen sollen! Meine Fresse, es geht mir wirklich auf den Sack. Mega Man, spring doch ab, du dummer Hurensohn! Du dummer Hurensohn! Spring doch einfach ab! Ich hasse dich, Mega Man! Spring ab, spring ab! Ah! Verdammt! Du dummer Bastard! Ich hasse dich, Mega Man! Du bist so ein verdammter Drecksbastard! Ich könnte rechts und links halt in die Fresse schla- Nein! Nein! Oh Gott, geht der mir auf den Sack, der Typ! Warum redest du hier gerade eigentlich? Ich mach doch Safestates! Das ist doch alles in Ordnung! Ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe mich jetzt gerade selber nicht. Nein! Nein! Hör auf damit! Ich! Es geht mir auf den Sack! Ich sitze hier drei Minuten, also doch scheiße fest! An so einer lächerlichen Scheiße, wo ich doch schon Safestates mache! Tut mir leid, Leute, aber das ist wirklich schlecht! Das ist auch schlecht jetzt! Bin ich sehr mit- bin ich total mit unzufrieden? Bin ich nicht mit zufrieden! Absolut nicht! Mega Man, mach doch mal keine Scheiße hier! Ich hab keinen Bock mehr hier! Auf deine dummen Faxen! Ich sollte es wohl nicht sch- Soll ich das lieber ohne Safestates spielen? Dann stell ich mich vielleicht nicht ganz so doof an! Komm, komm! MEINE FRESSE! Es ist doch so leicht! Es ist so kinderleicht! Ich bin also doof! Oh, meine Fresse jetzt! Mag ich den Scheiß hier auch! Meine Fresse! Weil ich zu doof, sonst dafür bin! Für den regulären Weg! So! Ist das! Ich bin total lame! Ich bin richtig lame! Ich bin richtig lame! Okay! Okay! Ich muss da runter, ne? Ich bin richtig krank! Ich bin richtig krank! Ich bin richtig krank! Okay, egal. Nein, nicht ein Zweitreffer! MEINE FRESSE, BIN I SCHLECHT! Ah, Double Cow. BIN I SCHLECHT! Zählt das? Scheint zu zählen. Okay. Okay. Ja, dann würd ich sagen... ...ja, da man ne bestimmte Reihenfolge reinhalten muss... ...vielleicht als nächstes Ärmen. Obwohl, wie kann man das so machen, dass man hier nur mit nem Wutschel durchkommt? Hm. Das ist natürlich jetzt auch ne Frage. Aber, naja. Ich werd ja sehen, wie's aufgebaut ist. ... 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 dass ich, ähm, überhaupt nicht weit gekommen bin, sondern direkt am Anfang gefehlt bin. Mega-Man, halt doch dagegen! Du dummer Bastard! Du bist so ein dreckiger Drecksbastard, Mega-Man! Halt doch einfach mal dagegen und fall dich da runter, du dummer Hurensohn! Muss ich dir erst mal eine Eier in den Hals schmeißen, du verdammter Penner! Alter Scheiße, regst du mich wieder auf, Mega-Man. Das ist ja nicht zu glauben. So! Nein! 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 Verdammte Scheiße! Ich bin so sauschlecht! Jetzt halt dagegen! Danke! Halt dagegen! Halt da dagegen! Nein, Mega-Man! Du bist so eine dumme behinderte Bastard! Alter Scheiße! Alter Scheiße! Du bist so richtig behindert, Mega-Man! Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Mega-Man Final! Bis dann, Leute! Schau rein! Haut rein! Wir sehen uns im nächsten Video!